So, Cara ist gerade am Klo, äh, der Server, den habe ich gerade manuell gestartet, der müsste jetzt wieder gehen. Ich hoffe, es hat alles gesaved und, äh, keine Ahnung, was da jetzt war. Ja, scheint alles zu passen. Automatischer Restart irgendwie anscheinend. Okay. Also. Wie wollte ich das jetzt machen? Ich habe meine Freundin in der Schule bester Nacht. Cara, ich bin gerade mit in der Aufnahme, Alter. What the fuck? Entschuldigung. Cut. Gott, ich kriege die Krise im Internet wirklich. So, da bin ich wieder. Jetzt ist auch noch das Internet wieder ausgefallen. Es tut mir leid, Leute. Oh, alles läuft schief hier in der Folge. Das Gute ist, es hat genau die Freiheit, wo es aufgehört hat. Ja, klar. Ich habe mir einen Wecker gestellt jetzt, für die Folge. Wir müssen gleich schlafen, es ist dunkel. Jetzt funktioniert das hier, glaube ich. Ich muss goh nix. Doch. Nee. Doch. Du musst furzen. Das sieht sehr gut aus jetzt hier. Hast du mir eigentlich zugehört, wie ich die Bäume platziert habe? Völlig. Hm? Also, ich habe die Bäume jetzt immer in Dreierabstand platziert. Ach so. Ja. Schön für dich. Muss man nicht verstehen, aber... Ja, das ist ordentlich. Darum geht es. Es geht um Ordnung. Kommst du ins Bett? Apropos ordentlich, guck mal. Guck mal ganz kurz. Ja, warte, ich komme. Es ist noch nicht, es ist noch nicht, äh, natürlich fertig, aber... Ich stecke gerade übrigens hinter dir, falls du es mitbekommen hast. Ja. Aber hier so. Verstehst du? Ja. Du machst das hier noch weg, ne? Ja, ja. Ja, ich verstehe. Extrem schön. Kleidest du das dann mit Steinziegeln aus hier? Ja, ja, außenrum, das machen wir alles noch. Ja. Ich würde das hier auch mit Steinziegeln dann auskleiden. Ja. Das habe ich jetzt noch provisorisch mit, äh, mit dem Stein gemacht, weil es halt einfach gerade ging. So, wir können schlafen. Mhm. Ich wollte die Betten übrigens mit roten Betten replacen, falls das okay. ist. Ja. Ja. Ich weiß auch, ob es besser aussieht. Weiß ich nicht, ob es besser aussieht mit dem roten Drumherum. Ich kann es probieren. Warte, guck mal. Wir haben nämlich tatsächlich ein rotes Bett. Was gibt es alles? Gelbe, weiß und rote, ne? Es gibt alle Farben, die... Äh, auch... Es gibt auch blaue Betten? Ja. What? Ja, wenn du aus, ähm, aus Lapislazo die Farbe machst. Hm. Hier, warte mal. Erst noch mit der Hacke. Ja. Ja, schon. Kriege ich auch ein rotes? Ja, wir haben nur eins, deswegen muss ich gerade nach Farbstoff gucken, warte. Äh, ja. Warte mal. Ich hab ein bisschen Kohle in den Ofen getrunken. Du musst dann den Spawnpunt nochmal setzen. Den Spawnpunt? Punkt. Ich hab Punkt gesagt. Ich habe Punkt gesagt, okay? Ja, den muss ich nochmal setzen. Ja, dann komm her und setz ihn bitte noch. In der Tat. Ah, ich weiß, was ich gesagt hab. Man muss eine Bettenkiste machen. Das hab ich noch gesagt. Mhm. Ja, stimmt. Wo du vorhin gefragt hast, genau. Ups. Was ist passiert? Ich bin gefallen. Boah, wie diesig. Uh, außen ist schlechtes Wetter, alter. Uiuiui. Ich finde, ich hab wunderschön unsere kleine... Nee, das finde ich nicht. ...Bauding hier eingerichtet. Nee. Das sieht voll toll aus. Nee. Doch, das sieht voll toll aus. Ja, schon. Das verstehe ich nicht. Nee. Nee, es ist halt so, ich muss kacken, weißt du. Was ist dein Problem? Nichts, ich muss halt kacken. Hier hab ich ne Idee. Granittreppen. Äh, Granitstufen. Und immer noch, ich brauche immer noch die Dinger zum Benennen. Schilder. Hast du jetzt oben neu angepflanzt? Nein. Äh, doch, ja. Ja. So, ich hab ne Idee. Meine Ideen sind immer extrem geil. Nee. Genau, das ist die Idee hier. Die Stufe. Wie geht das? Gar nicht. Das Gras wächst hier schon seit langem nicht mehr weiter. Ich weiß nicht. Mach mal hier Licht hin. Wie macht man einen Ofen für Essen? Weil der geht speziell und ich weiß nicht, wie der geht. Einen Ofen für Essen? Keine Ahnung, kenn ich das. Noch nie davon gehört. Ey, das sieht eklig aus. Das sieht bei mir nur düster aus. Das ist voll geil. Äh, das ist ein Creeper. Bei unseren Tieren. Ja. Mach was dagegen. Nee. Das macht gar nix. Sie hat mich gerade angeguckt. Sie? Millie. Millie. Die Mood da rum, das ist ja echt witzend. Hm. Ich suche mal einen Freund. Okay. Ich suche mal einen Freund. Ich suche mal einen Freund. Du hast einen. Ja, jetzt. Jetzt nicht mehr. Halt die Klappe. Ey, ey, ey. Das ist doch scheiße. Reden muss gelernt sein, okay? Und das habe ich nicht. Mäh. Das geht nicht. Das geht alles nicht. Ja, dann so. Ja. Nee. Hebe nicht. Man muss halt dann immer außen lang, aber das ist nicht so schlimm, eigentlich. Doch, das ist ganz furchtbar. Findest du? Machst eins hoch hier. Lauf zu lachen wie so eine Hexe. What the fuck? Was? Was ist das? Was ist mit deinem Lachen, Alter? Was denn? Was ist das? Was ist das Problem? Tell me. Das Problem ist, dass ich kein Problem haben in meinem Haus. Verstehst du? Nein. Okay. Tatsächlich nicht. Okay. So, hier ist ein blödes Holz. Das ist nicht blöd. Doch, weil du auch blöd bist. Okay. Das nehme ich als Bele-Eidigung. Wie macht das? Boah, das ist dunkel. Das ist so dunkel, dass es Monster spawnen. Kann sein, ja. Ja. Mann, schon wieder. Was? Das hast du nicht gehört, oder? Rülpser. Ja doch, dann hast du ihn doch gehört. Natürlich bin ich ihn gehört. Warum? Pass auf. Es können Monster, glaube ich, spawnen bei der Dunkelheit. Das ist überhaupt nicht dumm. Bei mir haben wir schon. Das ist überhaupt nicht dumm. Okay. Hallo? 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 Jetzt sag nicht, dass es enthält schon wieder. Sag nicht, bitte. Das gibt's nicht. Ich muss... Das gibt's nicht. Irgendwas stimmt hier gerade immer wieder nicht. Ach du Scheiße, Leute. So. Und schon wieder ist es tatsächlich passiert. So. Wieder drauf. Kara war die ganze Zeit noch drin. Okay. Ist aber gut, weil sonst würde der Server stoppen. Darf ich, bevor du hier in die Bels kommst? Weil es nämlich dunkel draußen. Also, ich habe einen Freund für Millie gefunden. Darf ich. Da wissen die... Wissen die... Die Leute sicher, was du meinst. Darf ich. Darf ich erzählen? Du darfst. Was willst du denn erzählen, Kara? Ja. Ich war jetzt draußen kurz unterwegs. Ich habe einen Freund für Millie gefunden. Ein Esel. Wahnsinn. Ne. Und den habe ich jetzt mitgebracht. Boah, krass. Das ist nur in der Bels. Ja. Wusstest du eine Sache? Man kann Esel reiten. Super. Und Esel sind ja Lastentiere. Mhm. Deswegen kann man bei denen zusätzlich was mitnehmen. Ja. Super. So, ich bete einfach, dass die Aufnahme jetzt bis die letzten 10 Minuten hier noch funktioniert. Puh. Hi. Hi. Wow. Wieso komme ich hier nicht hoch? Das sieht so dumm aus. So ein Geg. Jetzt. Hi. Hi. Das Licht hat tatsächlich was gebracht. Es liegt am Licht. Wie willst du ihn denn? Bastard. Das ist doch alles super süß. Ich habe keine Zeit, dir anzugucken. Ich habe was zu tun. Verpiss dich jetzt und schleich dich. Es ist dunkel draußen. Ja. Wir sollten schlafen. Was machst du? In die Decke laufen. Also komm. Ja. Dann nichts. Doch. Ich muss ihn nur irgendwo festmachen. Ich bin da. Ich liege. Haben wir jetzt genug rote Wolle eigentlich oben? Nee, ne? Rote Wolle? Ja, doch. Guck doch. Ja. Schön. Äh, Thumbnail. Guck mal her. Ja. Äh, viele Thumbnails. Erstmal hier. Hier. Andere Seite. Hergucken. Einmal. Dann auf dem Bett. Äh, nach oben gucken. So. Ja. Und dann noch bei der Treppe. Oder beim Esel. Ja. Sehr schöne, sehr schöne Szenerie. Perfekt. Hm. Wunderschön. Den sieht man auch sehr gut auf dem Thumbnail bestimmt. Er ist so zurück, dass ich über mich angehme. Den sieht man nicht auf dem Thumbnail aus der Perspektive. Komm bitte zur Treppe mit. So. Uiuiui. Okay. Das will ich anleihen. Okay. Das darfst du aber nicht. Ich habe eine sehr gute Idee hier. Glaube ich. Das könnte hässlich aussehen. Ich weiß nichts. Ja. Ja. Ist gut. Vorsichtig. Ich muss kurz an dir vorbei. Das ist praktischer. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mit ihm auf Wanderschaft und ich kann alles bei ihm verstauen. Super. Achso. Warte mal. Das ist ein tragbares Inventar oder was? Ja. Der hat hier ja so Kissen an der Seite. Guck doch. Ich kann jetzt nicht gucken. Ich gehe mal wandern. Ich bin gleich wieder. Ja. Das ist so dumm hier. Ganz schön kompliziert alles, Alter. Ich brate noch ein bisschen Stein bei dir. Aha. Ja, du hast. Sehr gut. Ja. Ja. Aber Steinziege sind schon schön, ja. Ja, das ist so das. Mit einem Textspeck vor allem. Das ist ja das, ja. Scheiße. Hättest du da doch die Wand lassen können. Ja, dann mach es wieder weg, bitte. Ach, nee, 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 nee. Ah, da müssen wir uns eins... Ah, fucking hell. Da müssen wir den Höhleneingang... Eins runter geht da nicht, ne? Wegen deiner Base. Mhm. Dann müssen wir den... Das ist doch alles Kacke jetzt. Das mag ich ja gar nicht gerade. Einen Tod musst du sterben. Einen Tod muss ich sterben? Was laberst du? Eine Sache musst du leider so angehen, wie sie ist. Ja, gut. Tegger. Ja, aber warum ist denn das jetzt... Warum geht denn das jetzt dann nicht? Genau das wollte ich verhindern hier, hä? Man kann ja, ähm... Steinziegeltreppen auch machen, ne? Ja. Dann muss ich ein Teil... Deiner Wand muss dann aus Steinziegeltreppen stehen. Von innen sieht man das ja nicht. Warum muss das? Damit das hier passt. Okay. Du siehst es von innen ja nicht, dass es eine Treppe ist. Ja, das ist vollkommen okay. Solange man es nicht sieht, ist okay. Die eine Seite ist ja voll. Da siehst du ja nichts. Dann müssen wir nur... Dann mache ich den Granit dort und tausche den doch... Gegen... Gegen Ziegelstein. Äh, Steinziegel. Irgendwann. Wenn wir genug haben. Genau. Dann kommt nämlich hier... Ach Gott, scheiße. Jetzt geht das doch nicht auf. Scheiße. Oh, das ist richtig... Richtig scheiße gerade. Wir müssen hier auch Treppen hin. Oh, ich stehe gerade sehr unter Stress. Oh, das ist übel. Ich rede kurz nicht. Ja. Bis ich das hier in den Lücken komme. Okay. So. Oh, ich bin hier. Okay. Okay, ich kann wieder reden. Okay. Oh, doch nicht. Ich kann noch eine Folge aufnehmen, wenn du willst. Ja, dann wird das wohl so sein. Okay, dann nehmen wir noch eine auf. Merkt ihr mal, dass wir um 22.20 Uhr aufhören? Kannst wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Ich muss mir bald eine neue Diamantspitzacke machen. Ja. Dann hat man hier ein kleines Plateau hier. Dann kann man hier auch... Sonst kommt man nicht in die Tür rein. Ich sag dir, Esel reiten ist schön. Okay. Kann sein. Das ist das einzige Tier, wo du tatsächlich ein Lager halt... Also wo du halt tatsächlich hinten eine Box draufpacken kannst, damit du dann das mitnehmen kannst, alles. Okay, das wusste ich nicht. Das ist echt dämlich hier. Ja, so würde es gehen. Das ist echt komisch, was ich hier mache. Alter, sieht das aus. Das sieht so dämlich aus. Oh Mann. Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, was du tust. Scheiße, Alter. Sag mir, wie dumm von 1 bis 10 aus. Dann kann ich aber doch die Steinziegel tropfen. Es sieht bisher wirklich von 1 bis 10, 10 dumm aus. Ach, Bubi. Warum ist die Tür theoretisch... Ein Stück... Das geht aber nicht. Ich weiß nicht. Ein Stück hinter oder vor. Ich hab noch eine, ich hab glaube ich eine bessere Idee Ja, doch, das ist es Nein, das geht nicht, weil da ist dein fucking Raum Ich wollte gerade irgendwie von unten nach oben, aber das geht ja nicht Weil genau da ist dein Raum Außerdem ist das hier auch viel zu weit in dem Gang, das geht nicht Willst du dir kurz angucken? Äh Ne, lass sie mal, lass sie mal Ich bin nicht mal in deiner Nähe Okay, weiß ich nicht Doch, ich hab gesagt, ich geh los mit dem Esel Ja, ich bin gerade nicht aufgeregt Unter Stress, deswegen ist alles okay Ja Mach dir ja keinen Vorwurf Ist es Nacht? Hast du ein Bett dabei? Nein, aber es wird langsam dunkel F2 Es wird langsam dunkel, deswegen bin ich unterwegs Ich hab eine Effizienz 2 Diamantspitzhacke, oh mein Gott Das ist sick So, das verwerf ich jetzt hier komplett, das ist Quatsch Ich glaube, so wie es am Anfang war, war es immer noch am besten wahrscheinlich Weil ich wollte über die Tür so eine Treppe nach unten, aber das ist Schwachsinn Da muss man halt rechts und links daran vorbei, das ist ja nicht schlimm Ich finde das nicht schlimm Ja Ja Das war's für heute.